Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggler 66, Stunde der Wahrheit. Dies ist wahrscheinlich, ich bin noch nicht mal ganz sicher, wieder mal ein Video für meinen zweiten Kanal, Joggler's War und Disinfo, auf dem ich ja das erste Buch, oder besser gesagt den ersten Band von dem Buch von Karl Theodor Griesinger jetzt vor einiger Zeit beendet habe. Und in der Pause zwischen dem ersten Band und dem zweiten Band, habe ich mir gedacht, werde ich etwas anderes machen, weil ich bin gerade vor einiger Zeit auf ein sehr interessantes Buch gestoßen. Das möchte ich euch mal kurz zeigen hier. Heute ist übrigens der 20. Juli abends, die Sonne noch nicht runter, also wir machen hier eine Aufnahme in den Sabbat rein. Ich habe ja auf meinem zweiten Kanal die ganzen Videos veröffentlicht von der Buchlesung von dem Buch von Karl Theodor Griesinger über ihre, wie sagt man das so schön hier, Griesinger Lesung, wie heißt das Buch? Die vollständige Geschichte ihrer offenen und geheimen Wirksamkeit von der Stiftung des Ordens bis jetzt. 38 Teile sind es geworden, 40, wenn wir die zwei mit reinnehmen, die Michael und ich extra gemacht haben, aufgrund der Knabenliebe und der Liebe zu den Jünglingen am Ende des Buches, auf den letzten 40 Seiten. Dann sind es 40 Folgen im Augenblick. Heute habe ich davon, wie ihr seht, hier die Machtstellung der Jesuiten in Frankreich, früher Gegenwind für die Gesellschaft, das ist der Teil 22. Den habe ich gestern hochgeladen am Donnerstag, noch nicht so viel angeschaut im Augenblick, das wird wohl noch kommen. Wollte eigentlich mal dafür danken, wie gut die Serie angenommen wurde, weil wenn man sich hier die anschaut, das sind über 300, hier sogar über 600, über 300, 400, 500 Klicks. Also regelmäßig wird diese Lesung von den Jesuiten, von Theodor Griesinger sehr gut angenommen von euch. Da möchte ich mich für bedanken. Dann hat sich die Mühe ja auch gelohnt, das Buch so einzulesen. Naja, jedenfalls, ich forsche immer so einige Dinge so ein bisschen nach. Bismarck ist eine Person, die mir am Herzen liegt, um da ein wenig mehr drüber zu erfahren. Und somit habe ich ein Buch entdeckt, letztens als PDF im Internet, 500 Seiten, wie ihr sehen könnt. Bismarck und das päpstliche Rom. Genetische Darstellung an der Hand von Quellen. Von Arthur Bötling. Dieses Buch ist erschienen 1911. Von Arthur Bötling wusste ich vorher auch nicht allzu viel, weiß ich auch jetzt noch nicht allzu viel. Ich habe nur einen kleinen Link in Wikipedia gefunden, wo man etwas über ihn sagt. Aber was ich euch eben mal zeigen möchte, sind zwei verschiedene Dinge hier. Einerseits ist hier vorne ein Zitat mit drauf. Römisch oder Deutsch. Tatsächlich wird der, zwischen Anführungszeichen, Kulturkampf niemals zu Ende gehen, wie er streng genommen auch niemals einen Anfang genommen hat. Denn die Kirche war stets und wird stets sein eine streitende und zwar in allen Ländern der Welt. Nur der Modus des Kampfes wechselt in größere oder geringere Heftigkeit. Der Kampf selbst bleibt das Stetige. Ende Zitat von Paul Majunke, ein römischer Priester und Redakteur der Zeitschrift Germania. Eine römisch-katholische Zeitschrift in Deutschland. Bismarck und das päpstliche Rom. Ja, da habe ich dann angefangen drin zu lesen. Und als ich dich da so rumgeblättert habe, wollen wir eben sehen, hier ist das Vorwort. Da gab es eine Seite, da war unten eine Fußnote dran. Die hat mich sehr interessiert. Und zwar, Bismarck und das päpstliche Rom heißt ja das Buch hier. Das ist es nicht. Die Fußnote kommt hier irgendwann. Mal eben schauen. Lehmann. Ne, das ist es nicht. Wo ist denn das jetzt? Hier. Auf dieser Seite, also Seite 15 im originalen Buch, in der PDF auf Seite 35, sehen wir hier unten eine Bemerkung. Das nähere in meiner Schrift die Jesuiten und das Deutsche Reich. Ja. Das sagt er hier in einer Fußnote, Nr. 3, also wo er hier sagt, er spricht hier über die Jesuiten. Lies er doch sogar die Jesuiten als Erzieher gewähren und stellte den Orden, als dieser 1773 vom Papst, der selbst aufgelöst wurde, unter den Schutz seines königlichen Zepters. Also hier geht es um den Friedrich II., allerdings dem päpstlichen Rom zum Trotze und indem er sich einredete, dass das Schlangengezücht, wie er die Jesuiten selbst kennzeichnete, ohne Kopf, ihr General befand sich zu Rom im päpstlichen Gefängnis, wie ihr wisst, Lorenzo Ricci, ungefährlich sei. Wähnte er jedoch die vom Papste selbst Geächteten derart gänzlich in seiner Gewalt zu haben. Ja, also wir sprechen hier über Friedrich II. von Deutschland im 18. Jahrhundert, von Preußen, Friedrich der Große, der König von Preußen. Und dann sagt der Autor hier, Neres in meiner Schrift die Jesuiten und das Deutsche Reich. Naja, und da habe ich mich da mal im Internet erkundigt, wo es so etwas gibt. Und ich bin auf eine Adresse gefallen eines Antiquariats in der Schweiz. Da konnte man diese Schrift erstehen für 38 Schweizer Franken, also 30 Franken plus Versendkosten. Das waren dann 38 Franken, umgerechnet 34 Euro. Und dann habe ich das bestellt und dann habe ich das vor ein paar Tagen zugeschickt bekommen und dann habe ich das eingescannt und das sieht so aus. Also das ist ein Heft, wie ihr hier seht. Das ist DIN A5. Ich habe das hier natürlich aufgefaltet. Das hier ist die Vorseite, die Jesuiten und das Deutsche Reich, zeitgemäßes von Arthur Böttling. Und das ist die Rückseite. Ich habe das so eingescannt auf meinem Computer und werde in diesem ersten Video auch dieses Bild so gebrauchen, um das zu lesen. Das ist, ja, ich habe jetzt mit der Kamera angefangen, das Video aufzunehmen. Dann werde ich das auch so zu Ende führen. So könnt ihr das auch deutlich mitlesen. Ihr könnt es sowieso mitlesen, weil ich habe es eingescannt und da ich einen Account angemacht habe auf der Webseite archive.org, da veröffentliche ich andere Dinge ja auch, zum Beispiel die verschiedenen Kapitel von Herrscher, Herrscher des Bösen wollte ich schon gerade sagen, hinter den Diktatoren von Lehmann in Deutsch. Das veröffentliche ich da. Das Papier, also das PDF von der deutschen Übersetzung von Rulers of Evil, Herrscher des Bösen ist da auch schon veröffentlicht. Links findet ihr in den jeweiligen Videobeschreibungen. Und dieses hier werde ich da auch veröffentlichen. Und dann könnt ihr euch das runterladen und könnt das mitlesen, weil das ist eigentlich ganz gut geglückt. Das Einzige ist nur, die Seiten sind oftmals verdreht. Ich weiß nicht, warum mein Scanner das so macht. Das ist so ein blöder alter HP-Printer. Aber er hat es zumindest gescannt und man kann es gebrauchen. Und ich dachte, das ist ja wohl eine interessante Schrift. Alleine schon der Titel, die Jesuiten und das Deutsche Reich. Und dann bekam ich dieses Heft zugeliefert. Das müsst ihr euch vorstellen, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so diese Groschen-Romane von früher, so diese Jerry-Kotten-Hefte, die habe ich mir jede Woche gekauft. So ungefähr in der Größe ist das. Und die Seiten, das ist von 1903, wie ihr sehen könnt, steht hier unten ja dran. Und die Seiten, die waren teilweise noch zusammen und zwar nicht geklebt, sondern man musste das noch aufschneiden, um umzublättern auf der Seite. Und teilweise auch oben war das zu. Das war also noch ganz, ganz original. Nicht in Plastik eingepackt oder so, aber ein paar Kartons hat er da rumgewickelt, als er mir das geschickt hat. Und das ist halt von einem Schweizer Antiquariat gekommen. Und das Papier hat in total 32 Seiten. Ich habe es heute fertig durchgelesen und ganz sicher zum Ende hin. Also ein paar Dinge da drin, die da drin stehen. Da kann man eigentlich nur mit dem Kopf schütteln und sagen, dieser Autor hat es wirklich auf den Punkt gebracht. Und er spricht natürlich auch ein wenig in der Zeit, wie auch in seinem anderen Buch, wo es um hier Bismarck und das päpstliche Rom geht, spricht er natürlich auch über die Zeit von Bismarck, hier auch, und natürlich auch über die Zeit, wo Bismarck den Kulturkampf geführt hat und wo er die Jesuiten verboten hat. Es gab zwei Artikel in der Verfassung, die die Jesuiten verboten haben. Für diejenigen, die das nicht wissen, kann man sich ja vielleicht mal eben anschauen, mal eben, wenn ich das hier schnell finde, kann ich das vielleicht mal eben vorlesen. Also der Paragraf 1 und der Paragraf 2 stehen hier in dem Buch drin. Das habe ich auch heute Nachmittag gelesen. Ob ich das jetzt auch finde so schnell, ist natürlich eine andere Frage. Na, ist ja wurscht, wir kommen da ja sowieso hin. Ich werde das ganze Buch lesen, also fertig am Anfang anfangen. Wollt es euch nochmal zeigen. Ich werde also das PDF so machen, nur etwas größer, dann kann ich es leichter lesen. Und deswegen wird das Video vielleicht als Video zu schauen nicht gerade super interessant sein. Aber das ist auch so natürlich, das ist wieder in Frakturschrift geschrieben, also in altdeutscher Frakturschrift. Und es ist natürlich auf vergilbtem Papier. Und ich sitze hier schon wieder ein bisschen in künstlichem Licht. Also für mich ist es leichter, jetzt das PDF zu lesen. Und da die Seiten oftmals verdreht sind, kommt da sowieso eine kleine Pause. Und inzwischen dachte ich, dann kann ich das erste Video auch auf diese Art und Weise machen. Also, bevor ich mich da dransetze und den zweiten Teil, oder besser gesagt den zweiten Band lese von der vollständigen Geschichte der offenen Geheimwirksamkeit der Jesuiten von der Stiftung des Ordens bis jetzt von Griesinger von 1866, habe ich mir gedacht, schiebe ich das hier mal eben dazwischen. Dann habe ich noch ein bisschen Pufferzeit, um das anderen noch vorzubereiten. Und ich möchte euch das nicht vorenthalten. Und dieses ist eine ganz, ganz wichtige Schrift von dem Arthur Böttling. Das werdet ihr auch sehen. Ich meine, ich glaube nicht, dass da irgendeiner dran zweifelt. Hier seht ihr, dass man die Seiten eben teilweise umdrehen muss. Ja, warum er das so gemacht hat, mein Computer, das weiß ich nicht, aber das ist halt so. Unglaublich wichtiges Papier. Und wir fangen hier mit dem Vorwort an. Und ich werde es jetzt gleich mal ein bisschen größer machen. Und zwar auf 200%. Dann kann ich das sehr gut lesen. Und ihr könnt das wahrscheinlich auch sehr gut mitlesen. Und deswegen ist das technisch gesehen ein bisschen blöde. Dann mache ich immer so ein bisschen Pause, wenn das zur nächsten Seite geht. Vor allen Dingen, wenn die umgedreht ist und so. Deswegen dachte ich, ich mache das erste Video so. Die nächsten Videos, da werde ich es normal lesen. Also ich lese vorher das Audio ein und werde dann hinterher ein Bildervideo dazu reinstellen. Aber wahrscheinlich dann auch mit den Seiten abfotografiert, die ich in dem jeweiligen Teil lesen werde. Und ja, dann können wir mal lesen, was der Arthur Böttling hier zu sagen hat über die Jesuiten und das Deutsche Reich von etwas über vor 100 Jahren. Ja, und das ist natürlich immer interessant, auch mal einen Vergleich zu legen, wie das heute ist. Was wir hier lesen, damals, wie das heute ist. Und ich habe mir gedacht, das dürfte vor allen Dingen natürlich für meine deutschen Freunde, für meine deutschen Brüder und Schwestern interessant sein. Um einmal eine rein auf Deutschland bezogene Geschichte der Jesuiten zu lesen. Der Griesinger ist da ja drauf eingegangen, aber hat natürlich neben Deutschland auch mal viele andere Dinge erwähnt, weil ihm ging es ja um den gesamten Orden. Aber hier geht es spezifisch um Deutschland und das finde ich ganz interessant. Also ich möchte das jetzt mal vorlesen. Ich fange dann hier mit dem Vorwort an. Der freundlichen Aufforderung, meine mündlichen Ausführungen in Bezug auf die drohende Wiederzulassung der Jesuiten zu Papier zu bringen, komme ich umso lieber nach, als ich dieselben gelegentlich der verschiedenen Ansprachen in bezüglichen Protestversammlungen jedes Mal nur bruchstückweise habe geben können. Die Berichterstattung in der Presse hat sich naturgemäß eine noch größere Kürzung auferlegen müssen. Tja, wir wissen ja von wem die Presse kontrolliert, damals wurde und heute immer noch wird. Vor allem dürfte logischerweise der Jesuitenpresse, die sich die Gutkatholische zu nennen pflegt, mit ihren perfiden Entstellungen und dummdreisten Verbeilhornungen am besten das Handwerk gelegt werden. Wann wird diese Vorkämpferin für, zwischen Anführungszeichen, Wahrheit, Recht und Freiheit, endlich einsehen, dass sie durch ihr Gebaren die vernichtendsten Urteile über ihr jesuitisches Ideal noch überbietet? Ja, die Zentrumsblätter geht natürlich zurück auf die politische Partei Das Zentrum. Und jeder, der meinen Kanal ein wenig verfolgt, der weiß inzwischen, dass das Zentrum eine Partei ist, die nach dem Zweiten Weltkrieg sich die Christlich Demokratische Union nannte und die davor geholfen hat, Adolf Hitler in die Macht zu bringen, ja, also Steigbügel für Adolf Hitler war. Und, ja, viel mehr muss man da ja nicht zu sagen. Diese Zentrumspartei, die hat sich im Laufe des 19. Jahrhunderts ab den 1850er Jahren gegründet und da geht der Autor in diesem Werk, Bismarck und das päpstliche Rom, auch sehr gut drauf ein. Ich hatte hier schon mal ein paar Seiten gelesen und bevor wir jetzt in das andere Wort gehen, will ich euch nur mal eben das Inhaltsverzeichnis von diesem Buch zeigen. Das kann man sich ja, wie gesagt, gratis besorgen im Internet als PDF. Den Link kann ich euch ja auch gerne mit reinschieben. Ich meine, das war Seite 471, ah ne, 451 oder sowas. Da war das Inhaltsverzeichnis, wo wir eben, 471 hier, 471 war es. Da war das Inhaltsverzeichnis, wollen wir mal gucken, hier die Inhaltsangabe. Also das Buch hier, jetzt nicht das, was wir jetzt hier gleich hier lesen, das ist dieses hier. Nein, dieses Buch hier von dem Arthur Böttling, wo halt der Verweis war auf diese Schrift, die Jesuiten und das Deutsche Reich. Dieses Buch geht um das römische Papsttum, das Papsttum und Deutschtum, Preußen-Brandenburg und das Papsttum, Zusammenbruch und Wiederaufrichtung der römischen Hierarchie, der preußische Kirchenstreit der 30er Jahre, wir sprechen hier über das 19. Jahrhundert, das Revolutionsjahr 1848-49, das Dogma von der unbefleckten Empfängnis und der Syllabus der Fehler, Bismarcks Anfänge, am Bundestag in Frankfurt, der Kirchenstreit im Badischen, soweit habe ich bis jetzt auch schon gelesen, Kirchenstreit im Nassauischen, die katholische Fraktion, Regierungsantritt König Wilhelms und wir sehen natürlich noch eine ganze Menge mehr. Nur mal eben kurz ein kleiner Einblick hier, die Polen, Polen spielte übrigens eine sehr, sehr wichtige Rolle, auch in der deutschen Geschichte, für die Leute, die es nicht wissen, interessant, um sowas dann zu lesen. Dann das Vorspiel des Kulturkampfes in Deutschland, das Vatikanische Konzil, da sprechen wir natürlich von dem Konzil von 1870, auf dem der Papst auch unfehlbar erklärt wurde. Dann der Französische Krieg, also das war ja der Krieg, der zur Begründung des Deutschen Reiches geführt hat. Aufrichtung des Deutschen Reiches, wir sprechen hier also über das Zweite Deutsche Reich, über Bismarcks Reich. Bismarck und das Zentrum, auch ganz interessant hier, hier unten seht ihr Bismarck und das Zentrum, diese Partei. Okay, dann sehen wir hier auch der Altkatholizismus, ja, da fällt mir unter anderem der, ach wie heißt der jetzt wieder, Ignaz von Döllinger ein, der ja einer der Mitgründer davon war, der auch von der katholischen Kirche nicht so sehr geliebt war. Das Jesuitengesetz, ja, da gehen wir in den anderen Teil mit rein, das Jesuitengesetz, das damals die Jesuiten verboten hat im Deutschen Reich. 1872, die Einführung der obligatorischen Zivilehe, ganz, ganz wichtiger Teil, wird auch vorher in dem Buch schon mal drauf eingegangen. Die Ehe ist ja eine göttliche Institution, keine kirchliche, weil was Gott ordiniert hat in der Welt, hat mit der römisch-katholischen Kirche nicht allzu viel zu tun, aber in der römisch-katholischen Kirche ist das ein Sakrament, eine Notwendigkeit und das geht natürlich konträr gegenüber der Meinung einer obligatorischen Zivilehe. Also, wir kennen das ja heutzutage, dann feiern wir ja Hochzeit vorm Standesamt. Also auch ein wichtiger Teil hier in diesem Buch, sich das mal durchzulesen. Das römisch-katholische Frankreich, da gehen wir ein bisschen auf das ein, was wir in Verborgene Geschichte der Jesuiten wahrscheinlich schon mal gelesen hatten. Und dann hier dann die Verschärfung des Kampfes, die Romgläubigen, die Abänderung der preußischen Verfassung, Kirchenvermögensgesetz, Beschlagnahme einer Hostie, das dürfte ganz interessant sein, sich mal durchzulesen, weil die römisch-katholische Kirche sieht ja die Hostie als den Leib und die Seele und das Fleisch und das Blut und die Göttlichkeit und die Menschlichkeit unseres Herrn Jesus Christus. Wenn man die beschlagnahmt, dann gehen die ja wohl an die Decke, gehe ich mal von aus. Dann haben wir hier Kultusminister, Bismarcks erneute Stellungnahme und so weiter, Papst und Zentrum und so weiter und so weiter. Also ihr seht, es ist ein sehr wichtiges Buch und übrigens hier sehe ich gerade Windhorsts Ausgang, sehr interessant auch. Der Windhorst, über den lesen wir auch in diesem Buch, was wir jetzt hier anfangen. Das hier heißt Die Jesuiten und das Deutsche Reich, da lesen wir auch über den Windhorst, aber erst in einem späteren Teil dieses Buches. Wie gesagt, dieses Buch, Bismarck und das päpstliche Rom, sehr interessant. Ich bin auf den ersten, ich glaube 70 Seiten, habe ich ungefähr bis jetzt gelesen. Ich habe also noch ein paar hundert Seiten damit durchzugehen, aber ich finde das ein sehr interessantes Buch und das wollte ich euch halt nur mal gezeigt haben und den Link werde ich auch in die Beschreibungsbox dieses Videos mit einarbeiten und dann könnt ihr euch das selbst im Internet herunterladen und anschauen. Von 1911 ist das und das Schreiben, was wir jetzt lesen, ist von 1903. So, jetzt hatten wir also hier das Vorwort gerade eben gelesen. Wer wissen will, welche Art Früchte die jüngeren Leolas zeigen, der lese die Zentrumsblätter. Er wird bald genug haben. Ja, gut, dann gehen wir in das Buch hinein und da fährt der Auto dann fort und sagt, Der Jesuitenorden ist durch nichts mehr gekennzeichnet, als durch seine Heimlichkeit und seine Unangreifbarkeit. Auch Unangreifbarkeit kann man auch sagen. Nur die höchsten Chargen, die Professen, werden in die Geheimnisse des Ordens eingeweiht und so wissen die wenigsten, selbst von denen, die ihm angehören, wozu sie eigentlich angeleitet und verwendet werden. Zudem wird jeder Einzelne zu nichts strenger verpflichtet und angehalten, als zur Geheimhaltung. Diese erscheint umso verbürgter, als eine ständige gegenseitige Überwachung organisiert ist und auch der Umgang mit allen Außenstehenden streng geregelt und überwacht wird. Der General aber, in dessen Hand alle Fäden zusammenlaufen und der allein eine Initiative besitzt, ist so unerreichbar und unerforschlich wie der Herrgott selbst, an dessen Stelle er steht. Während alle anderen geistlichen Orden eine gleichartige, möglichst in die Augen fallende Tracht haben und in geschlossenen Klöstern zusammenwohnen, darf und soll der Jesuit gegebenenfalls eine jede beliebige Tracht und sogar Verkleidung annehmen, kann er, zerstreut wohnend, als Einzelner sich allenthalben unvermerkt einschleichen und zur Geltung bringen. Ich möchte hier mal kurz einen abweichenden Kommentar geben. Und zwar, das hat mit dem, was wir gerade eben gelesen haben, schon zu tun, da wir hier ja gelesen haben, gerade eben, dass da drin steht, und da gehen wir natürlich noch genauer darauf ein, jeder Einzelne wird zu nichts strenger verpflichtet und angehalten als Geheimhaltung und steht auch da drin, dass gegenseitige Überwachung ist organisiert. Erinnern wir uns, das kommt aus dem Eid der Jesuiten, da hatten wir das ja gelesen. Du hast bis jetzt sogar als Spion fungiert in deinen eigenen Reihen, steht am Anfang der Einleitung des Jesuiteneides. Aber was ich viel wichtiger finde, ist eben mal den Punkt machen zu wollen, den man im Grunde auch später in dieser Sendung machen kann, aber ich mache ihn jetzt ganz am Anfang mal. John Fitzgerald Kennedy, also JFK, wie wir ihn allgemein nennen, hatte ja damals einen Spruch gemacht, oder einen Spruch gemacht, er hatte eine Rede gehalten über Geheimorganisationen. Und die war ihm natürlich nicht in Dank abgenommen. Vor allen Dingen, weil er auf eine Art und Weise die Jesuiten da chauffiert hat, wie es noch nie vorher passiert ist. Er hat nämlich den Namen der Jesuiten ausgesprochen, ohne ihren Namen wirklich in den Mund zu nehmen. Und wie hat er das gemacht? Ja, JFK sprach damals von einer monolithic conspiracy, also eine monolithische Verschwörung. Und nun gibt es nur sehr wenige Menschen, die dieses Oxymoron, diesen praktischen Widerspruch, den diese beiden Worte eigentlich beinhalten, die das verstehen. Schaut, eine Verschwörung ist immer mindestens zwei Personen, die sich verabreden, um eine gewisse Tat gegenüber einer anderen Person oder Organisation oder auch einem Staat oder was auch immer auszuführen. Ja, eine Verschwörung sind immer mindestens zwei gegen mindestens eine andere Person oder eine andere Sache oder Organisation. Und monolithisch ist genau das Gegenteil von zwei, ist nämlich mono, einzeln. Wie kann es also eine monolithische Verschwörung geben? Das ist ein Widerspruch in sich oder ein Oxymoron, wie man so schön auch sagt, in Neudeutsch oder in Englisch. Und das kann nur weisen auf die Jesuiten. Und da kommen wir auch später in diesem Buch noch zu. Ihr habt von mir schon oft genug den Ausdruck gehört, das Kadavergehorsam. Ja, die Jesuiten müssen ihr eigenes Gewissen, ihren eigenen Charakter vollständig ablegen und sich 100% der Obrigkeit ihres Ordens unterordnen und für sie zählt nur, was ihr Vorgesetzter sagt. Und da dieses von den kleinsten Jesuiten hochgeht bis zum höchsten Jesuiten, ist der Vorgesetzte schlussendlich der General der Jesuiten. Ja, von dem wir gerade eben gelesen haben, dass er derjenige ist, bei dem alle Fäden zusammenlaufen und der allein die Initiative besitzt. Deswegen wollte ich diesen Punkt jetzt gerade eben mal machen. Was der General tut, das tut jeder seiner Ordensmitglieder, also jeder Jesuit. Ja, es ist im Grunde eine diabolische Spiegelung des Körper Jesu Christi. Jesu Christi ist das Haupt und die Gläubigen sind der Körper. Und wir sind jeder irgendein Glied in diesem Körper. Der eine ist das Auge, der andere ist das Ohr, der eine ist ein Finger, der andere ein Zeh, einer hat das Herz, einer die Lunge, einer die Leber, einer die Niere. Wie man es auch sagen will. Ja, wir sind alle Glieder eines Körpers und der Kopf ist Jesus Christus. Und genau nach diesem Prinzip haben sich die Jesuiten auch aufgebaut. Das heißt, der General befiehlt und der ganze Rest des Körpers tut genau das, was der Kopf befiehlt. Das ist ja bei uns auch so. Wenn der Kopf sagt, tu dies und das, dann bewegen sich unsere Finger, dann bewegt sich unser Mund, dann hören wir, dann sehen wir, dann riechen wir, dann schmecken wir, dann tasten wir, dann fühlen wir, dann gehen wir, dann laufen wir, dann springen wir. Das wird uns ja alles von unserem Kopf eingegeben, unser Gehirn. Und der Jesuitengeneral ist das Gehirn des Körpers des Jesuitenordens. Und deswegen ist diese Wortwahl von JFK einer monolithischen Verschwörung so perfekt auf die Jesuiten und nur auf die Jesuiten zupassbar, weil die Jesuiten die einzige Organisation sind, wo jedes einzelne Mitglied im Grunde nichts weiter ist als ein ausführendes Organ des Kopfes, des Generals. Und sie tun alle das, was für ihren Orden wichtig ist und nichts anderes. Und das müssen wir eben mal verstehen. Deswegen finde ich, kann man, wenn ich das hier gelesen habe, über den General, in dessen Hand alle Fäden zusammenlaufen und der allein die Initiative besitzt, so unerreichbar und so unerforschtbar, wie der Herrgott selbst an dessen Stelle er steht. Meint er. Also ihr wisst natürlich, dass ich als bibelgläubige Christen nicht mit einverstanden bin, aber der Autor hat natürlich recht, wenn er das sagt, weil die Jesuiten behaupten das ja von sich. Wir wissen, dass es über 500 Mal in der Verfassung der Jesuiten steht, dass der General der Jesuiten anzusehen ist, wie die Verkörperung Jesu Christi auf Erden selber. Eine noch stärkere Verkörperung als der Papst, der Jesus Christus versteckt ist unter einem Mantel von Fleisch. Aber der General der Jesuiten ist für die Jesuiten selber Jesus Christus im wahrhaftigen leiblichen Fleisch, als ob der Gott vor ihnen stehen würde. Und da sie alle nur das tun, was der General ihnen befiehlt, also ihr Vorgesetzter eben. Und da das jeder sagt, ist natürlich der oberste Vorgesetzte derjenige, was der Befehl den alle anderen ausführen, können wir hier von einer monolithischen Verschwörung sprechen, weil Verschwörungen versprechen von vielen Mitgliedern in einer Gesellschaft, der Gesellschaft Jesu, aber monolithisch, weil nur eine Person oben an denkt und die Befehle gibt, all die anderen dürfen nicht denken. Das haben wir ja wohl in meinen anderen Lesungen bis jetzt, auch in den Griesinger Lesungen bis jetzt ganz gut verstanden. Der General sagt und der Rest der Jesuitenorden tut. Eigenes Denken ist verboten, eigenes Gewissen ist verboten, die Leute sind Kadavergehorsam. Sie handeln wie der Stab in der Hand eines alten Greises, der mit dem Stab verfährt, wie er will, oder wie die Axt in der Hand eines Holzhauers, oder auch welche Beispiele man da jetzt noch für anholen kann, um das zu versinnbildlichen, um deutlich zu machen von total willenlos und nur dem einen Auftrage gewidmet, dem, was der Vorgesetzte sagt an oberster Stelle, der General, und da es immer der Vorgesetzte ist, ist halt der General, der den Ton vorgibt. Das wollte ich mal eben erklären. Viele Menschen kennen ja auch JFK und haben auch den Spruch, oder besser gesagt, diesen Vortrag, von ihm gehört. Und da spricht er halt, müsst ihr mal gut so hören, da spricht er von einer monolithic conspiracy. Gar nicht mal so weit in der Rede drin, das ist ziemlich am Anfang, in den ersten paar Minuten. Und da wollte ich mal eben drauf hinaus. Da der Autor mir hier jetzt den Ball gegeben hat, um diesen zu spielen, wo er eben sagt, der General, in dessen Hand alle Fäden zusammenlaufen, und der alleine eine Initiative besitzt, das heißt, der ganze restliche Orden besitzt keine Initiative, es ist nur der General. Was er sagt, was er tut, das tut der ganze Körper dieses Ordens. Er alleine besitzt die Initiative und er ist so unerreichbar und so unerforschlich wie der Herrgott selbst, an dessen Stelle er meint zu stehen. So, fahren wir fort. Wenn daher die kundigen oder blinden Fürsprecher und Verfechter, der so in Nacht und Lüge gehüllten Gesellschaft die Gegner und Bekämpfer derselben immer wieder der Unwissenheit zeihen und ihnen so gern nachsagen, dass sie einen Jesuiten höchstens von außen gesehen hätten, so heißt das zum Schaden den Hohn fügen. Indes die Hehler der Wahrheit schätzen viele Naturgemäß diese, Entschuldigung, Indes die Hehler der Wahrheit schätzen diese Naturgemäß so niedrig ein, dass sie bei Tagebesehen nur zu leicht dem Vogel Strauß gleichen, der, um sich den Blicken des Jägers zu entziehen, nur den Kopf verstecken zu brauchen, meint. Wenn ich dich nicht sehe, dann sieht er mir ja auch nicht, meint er. Vollends wenn, wie im vorliegenden Falle, der Gericht der Geschichtskundige eine Tatsachenreihe von über drei Jahrhunderten zur Verfügung hat, reißt auch der dichteste Schleier, bekommen auch die verschlagensten Lügen, kurze Beine. Und so liegt Tun und Lassen des auf Finsternis gestellten Ordens nach gerade klar genug am Tage. 1521, in eben den Tagen, da Luther vor Kaiser Karl V. und den päpstlichen Legaten auf dem Reichstage zu Worms seinen Mann stand, war der mit ihm gleichaltrige Ignaz von Loyola, der spanische Offizier von Adel, bei der Verteidigung von Pamplona gegen die Franzosen von einer Kugel getroffen, die ihm das Bein zerschmetterte und dadurch für den Kriegsdienst untauglich machte. Ja, hier muss ich nur eine ganz kurze Bemerkung geben. Natürlich waren die nicht gleichaltrig, sie waren zehn Jahre auseinander. Luther wurde geboren 1483 und Ignatius Loyola 1491. Also sie waren ungefähr acht Jahre auseinander. Und was wir hier jetzt natürlich lesen über die Geschichte, das haben wir auch irgendwo anders schon gelesen, aber es ist trotzdem interessant, mal zu sehen, wie der Wörtling das hier beschreibt. Also, bei der Verteidigung von Pamplona gegen die Franzosen wurde er von einer Kugel getroffen, die ihm das Bein zerschmetterte und dadurch für den Kriegsdienst untauglich machte. Auf seinem Krankenlager vertiefte er sich in heiligen Geschichten, die ihm den Gedanken die ihm den Gedankeneingaben als Religionsritter zur Fahne der heiligen Jungfrau Maria, der Mutter Gottes, zu schwören und solcherweise im Dienste der alleinselig machenden Kirche aufzugehen. Und dieses und dieses zwar so vorbehaltlos und dieses zwar so vorbehaltlos, so muss man das betonen, Entschuldigung, und dieses zwar so vorbehaltlos, dass er möglicherweise selbst noch einer bewunderten Heiligen, einer der bewunderten Heiligen werde. Loyola ist ja später auch heilig gesprochen worden. Zu diesem Behufe zog er sich, sobald er sein Schmerzenslager verlassen konnte, in die tiefste Einsamkeit zurück, kasteite sich bis zur Abtötung und ging dann als Bettler und Bußprediger in die Welt. Das hatten wir in Griesingers Buch auch richtig vertieft gelesen und gelernt. Um sich in der Gewalt zu behalten und dem vorgesetzten Ziele treu zu bleiben, erdachte er sich in Anknüpfung an Ähnliche in dem ebenso mystischen als fanatischen Spanien längst übliche religiöse Übungen, seine geistlichen Exerzitien, die sich von den hergebrachten durch ihre methodische Folgerichtigkeit und Strenge unterschieden. Stufenweis zu immer gesteigerter Ekstase aufsteigend gelangte er durch die sich auferlegte Autosuggestion dahin, dass er die in der Verzückung geschauten himmlischen Gesichter jederzeit durch entsprechende Andacht in sich frisch erzeugen konnte. Nichts kennzeichnet ihn indes mehr, als dass er, nachdem er diesen Seelenzustand beherrschte, es dabei bewenden ließ. Mit anderen Worten, nichts lag ihm ferner, als sich in seinen so erzwungenen Träumen zu verlieren. Sein ganzes Sinnen und Trachten blieb vielmehr ständig darauf Taten gerichtet. Es blieb auf Taten nicht auf Sinnen und Träumen sich in Träumen zu verlieren, auch wenn er diese Vision, diese Gesichte brauchte. Als Vollblut römisch-katholischer Spanier aber war er auf nichts so bedacht, als auf Bekämpfung der Ungläubigen. Wenn einer, so hatte er die weitgehendste Vorstellung der Ekklesia Militans, also der Kirche, der militärischen Kirche, der Streitbarkeit der alleinselig machenden römischen Papstkirche. Also, wenn einer, so hatte er die weitgehendste Vorstellung der Ekklesia Militans, der Streitbarkeit der alleinselig machenden römischen Kirche. Er oder keiner, mit anderen Worten. Für ihn, der bis in sein 29. Lebensjahr hinein im Militärdienst aufgegangen war, war dieselbe geradezu nur ein Heerlager. Als Soldat trat er in ihre Heilsarmee ein. Der Entscheidungskampf aber wurde, wie er sich das Bittel seiner Exerzition vor die Einbildungskraft gezaubert hatte, in der Ebene zwischen Jerusalem und Babylon geführt. Hier standen sich die Heere Jesu und Luzifers unmittelbar gegenüber. Und so schiffte er sich nach Jerusalem ein, um die Ungläubigen auf der heiligsten Städte selbst zu überwinden. Dieser sein Kreuzzug nach Jerusalem bedeutete für ihn indes eine große, bittere Enttäuschung. Wir hatten ja in dem Buch von Griesinger gelesen, wie der Prelat von Jerusalem ihn da mehr oder weniger rausgeschmissen hatte, weil er nicht mal der Landessprache mächtig war und weil er sich da wie ein, ich sag's mal ganz klar, Idiot aufgeführt hat. Und deswegen war sein Kreuzzug nach Jerusalem eine einzige, große, bittere Enttäuschung. Auch im entlegensten Orient duldete die römische Papstkirche keine derartige selbstherrliche Freiwillige und so musste er unverrichteter Sache wieder heim. Er versuchte daher wieder auf dem heimatlichen Boden in Spanien selbst zu fechten. Indes hier stieß er auf die Inquisition in ihrer unerbitterlichsten Form. Der Schwärmer ohne Kirchen autoritative Legitimation geriet in ihre Fangarme. Er geriet sogar in das Gefängnis der Inquisition. Zwar gelang es ihm freizukommen, allein nur unter der Bedingung, dass er sich das theologische Nützzeug aneigne. So gelangte er an die Universität nach Paris, die Hochschule der Scholastik, welche ihren höchsten Ehrgeiz in römische Rechtgläubigkeit setzte. Hier hat der Ungelehrte, welcher als Page am Hof aufgewachsen und als Mann im Kriegsdienst aufgegangen war, damit beginnen müssen, die Elemente des Lateinischen zu erlernen. Das ist dem 35-Jährigen sauer genug angekommen. Da hatten wir ja gelesen, wie er mit Schülern im normalen Schüleralter hochgezogen wurde in der Schule. Das war nicht so leicht für ihn. Das ihm solcherweise aufgenötigte Studium hat er offenbar als eine schwere Mühsal empfunden, durch die er Notgedrungen hindurch musste. Vom irgendwelchen Wissens- oder Erkenntnistrieb konnte unter obwaltenden Umständen nicht die Rede sein. Wozu auch? Die unverrückbaren Leersätze der römischen Kirche waren ihm früh eingepflanzt. Sie waren ihm im Blute mitgegeben. Sie mussten überdies dem Schwärmer, der in der künstlichen Strafe seiner Exerzitien lebte, an sich gleichgültig sein. Vom irgendwelchen Zweifeln, die er zu überwinden gehabt hätte, ist auch in seinen Selbstbekenntnissen nicht die Rede. Über die Grundsätze seiner streitbaren Kirche hat er sich offenbar so wenig den Kopf zerbrochen, wie über die Heeresordnung, der er als königlicher Offizier sich eingefügt hatte. Da er sich nicht nur seinen geistlichen Übungen in übertriebenem Maße hingab, sondern zugleich seiner Bekehrungssucht nachging, ist er nahe daran gewesen, von der Hochschule ausgewiesen zu werden. Diese Hindernisse und Leiden waren indes dazu angetan, ihn in seinem Entschlusse als Soldat in dem Dienste der alleinselig machenden Kirche aufzugehen, nur noch zu bestärken. Immerhin scheint er zur Erkenntnis gekommen zu sein, dass er auf sich allein gestellt nicht allzu weit kommen werde. Und so begann er sich Genossen zu werben. Auch hierbei sollten seine Exerzitien ihm die größten Dienste leisten. Wer sich ihnen mit Erfolg hingab, war gewonnen. Auf der Anhöhe des Montmartre in Paris hat er mit seinen ersten Jüngern, den Faber, Xavier, Lainez, Salmeron und Bobadilla seine Gesellschaft Jesu gegründet. Gesellschaft auch in dem spanischen Sinne einer Kompanie Soldaten. Deswegen spricht man auch von der Kompanie der Jesus. Alles das, was wir hier gelesen haben, haben wir in Griesinger noch ausführlicher gelesen. Das ist eigentlich gut. Es ist noch mal kurz eine Zusammenfassung in den Worten dieses Autoren, der aber genau das bestätigt und auch wiedergibt, was Griesinger da vorgeschrieben hat. Zunächst war wiederum Jerusalem das Ziel. Indes mussten sie unvorhergesehene Behinderung wegen bereits in Venedig kehrt machen. Sie begannen infolgedessen ganz ähnlich der heutigen Heilsarmee an der ersten besten Straßenecke auf einen Stein zu steigen und zur Buße aufzurufen und dieses sogar in einem italienischen Kauderwelsch. So gelangten sie schließlich nach Rom. Da sie neben dem Gelübde der Armut und Keuschheit vor allem das Gelübde unbedingten Gehorsams abgelegt, sie sich insbesondere verpflichtet hatten, sich dem Papste vorbehaltlos zur Verfügung zu stellen, die reformatorische Bewegung die reformatorische Bewegung also den Satz eben nochmal hier da sie neben dem Gelübde der Armut und Keuschheit vor allem das Gelübde unbedingten Gehorsams abgelegt, sie sich insbesondere verpflichtet hatten, sich den Papste vorbehaltlos zur Verfügung zu stellen, die reformatorische Bewegung diesen damals auch in Italien eine solche Hilfstruppe höchst erwünscht machen musste, kann es nicht überraschen, dass es ihnen gelang, sich in dessen Gunst zu setzen, also in die Gunst des Papstes. Im Jahr 1540 durften sie sich aller Form als Orden konstituieren, der nach dem Vorgange der anderen Bettelorden mit Umgang und mit Umgehung der kirchlichen Hierarchie direkt vom Papste ressortierte und von diesen die weitgehendsten Privilegien als Seelsorger und so weiter erhielt. Das ist nochmal ein kleiner Punkt, auf den wir vielleicht mal eben eingehen können. Das ist eben der Unterschied zwischen dem Orden der Jesuiten und dem Orden der Franziskaner, Dominikaner, Gregorianer, wie sie alle heißen, diese ganzen Orden, die es bereits in der römischen katholischen Kirche gab, die sind alle der Kurie unterstellt, der Hierarchie, dem Magisterium, wie man auch sagt, der römisch-katholischen Kirche. Also der Hierarchie der römisch-katholischen Kirche, nur die Jesuiten sind direkt dem Papst persönlich unterstellt. Also mit anderen Worten, der Papst gibt im Grunde, wenn es denn so wäre, seine Befehle an den General der Jesuiten und die führen dann eben die Befehle des Generals aus. Dass der General der Jesuiten den weißen Papst kontrolliert, ist eine andere Sache, da kommen wir auch später noch drauf, das wisst ihr genug. Aber es geht im Grunde darum, dass sie als ein Orden konstituiert wurden, der nach dem Vorgange der anderen Bettelorten mit Umgehung der kirchlichen Hierarchie direkt vom Papst ressortierte und von 1543 und von 18 erhielt. Wir erinnern uns an die päpstliche Bulle von 1543, da komme ich jetzt eben nicht mehr auf den Namen, die wir in Griesinger gelesen hatten, das könnt ihr dann da ja gerne nochmal nachschauen, die damals den Jesuiten oder dem General im Grunde die carte blanche gegeben hatten. Das hatte ich ja damals vorgelesen, auf den Namen der päpstlichen Bulle komme ich im Augenblick nicht mehr, aber das war 1543. Ignatius war General. Als solcher forderte und erlangte er von seinen Untergebenen den absoluten Gehorsam, den er selbst in der Konstitution als einen Kadaver Gehorsam gekennzeichnet hat. Doch soll der Einzelne seinem Oberen so blindlings und ohne jeden Eigenwillen gehorchen, dass er in der Hand desselben sei, Zitat, wie ein Stab in der Hand eines Greises, Ende Zitat, oder Zitat, ein Leichnam, den man beliebig hin und her wenden kann, Ende Zitat. Das hatte ich ja vorher in dem Video schon mal angesprochen. Der Kadaver Gehorsam, ohne den kann man kein Jesuit werden. Das ist absolut notwendig dafür, nur deswegen agiert der Jesuiten wie ein Mann, nämlich wie der General. Also, nochmal, es ist mir zu wichtig, um darüber hinweg zu fliegen. Der Kadaver Gehorsam soll doch der einzelne seinem Oberen so blindlings und ohne jeden Eigenwillen gehorchen, jeder seinem Oberen bis zum Allerobersten hin, also mit anderen Worten, jeder gehorcht dem General, Zwar über andere Stellen, aber der General spricht und die Gesellschaft tut. Der Einzelne soll seinem Oberen so blindlings und ohne jeden Eigenwillen gehorchen, dass er in der Hand des Oberen sei wie ein Stab in der Hand eines Kreises oder ein Leichnam, den man beliebig hin und her wenden kann. Der Kadaver Gehorsam heißt, dass man nicht nur Gehorsam ist, sondern auch kein eigenes Gewissen und kein eigenes Denken mehr hat. Das legt man durch diese vorher bereits angesprochenen geistigen Übungen ab. Auf diesen Grundsatz unbedingtesten Gehorsams ist die jesuitische Ordensgemeinschaft in erster Linie gestellt. Derselbe, also der Kadaver Gehorsam bildet tatsächlich dessen Kerngedanken. Haben es doch schon die Exerzitien des Ignatius darauf angelegt, mit der Bindung des Intellekts, der Aufgabe der freien Urteilskraft, zugleich den Eigenwillen so gründlich als möglich zu ertöten. Wer sich dieser Hypnose aussetzt, ist geliefert. Der kann gar keinen eigenen Gedanken und damit auch keinen eigenen Willen mehr haben. Der ist zu einem bloßen Werkzeuge desjenigen geworden, der diese Hypnose über ihn verhängt hat, unter dessen Anleitung er sich der Übung unterzieht. Der Jesuit soll dann auch nicht wie ein bedienter oder selbst ein gewöhnlicher Soldat nur äußerlich gehorchen, indem er seinem Auftrage oder dem Befehle seines Vorgesetzten nachkommt. Ein solcher Gehorsam, der eine eigene Gedankenwelt nicht ausschließt, genügt noch nicht. Nein, er darf vielmehr nicht ruhen, als bis er seinen Eigenwillen dem Oberen gegenüber so vollständig ausgelöscht hat, dass er nur noch mit seinem Gebieter empfindet und denkt, dass sein Wille in dem des Oberen so vorbehaltlos aufgegangen ist, dass er keine eigene Willensregung mehr kennt. In dieser zwischen Anführungsstrichen Vollkommenheit des Gehorsams liegt die Vollkommenheit der Organisation der Gesellschaft oder Kompanie Jesu des Ignatius. Er ist es, der ihn zu einem so unvergleichlichen machthaberischen Werkzeug gemacht, wie noch kein General über ein solches verfügt hat. So, und wenn wir uns das jetzt nochmal eben auf der Zunge zergehen lassen und dann kombinieren mit was ich euch erzählt hatte über JFK und seine monolithische Verschwörung, dann verstehen wir genau, wie JFK in seiner Rede über die Geheimgesellschaften die Namen der Jesuiten ganz deutlich ausgesprochen hat, ohne den Namen selber in den Mund zu nehmen. Er hat sie ganz deutlich bloß gestellt und seid mal sicher, die Leute, die eingeweiht waren, die haben ganz genau verstanden, dass JFK in dem Moment, wo er von einer monolithischen Verschwörung sprach, nur von den Jesuiten sprechen konnte und von niemand anders. Da könnt ihr sicher davon sein. Auf die Erzählung dieses Gehorsams ist in der Organisation des Ordens alles angelegt. Wie gesagt, der Orden würde nicht existieren, wenn dieser Gehorsam nicht die Basis dieses Ordens wäre. Der Eintretende muss damit beginnen, seine Fehler und auch seine Vorzüge, seine Laster und Tugenden so vollständig zu beichten, dass ihm womöglich nichts zu bekennen übrig bleibt. Aufgrund dieser Beichte, welche seine Personalakten eröffnet, beginnt die Beurteilung seiner Person von Seiten seiner Oberen. Ist er erst einmal in der Schablone drin, so wird über nichts sorgfältiger gewacht, als dass er nicht zur Besinnung damit zu sich selber komme. Er weiß sich zu diesen Behufe nicht nur ständig von Beobachtern und Spionen umgeben, welche so gut wie er selber in Bezug auf andere verpflichtet sind, alles, was sie über ihn wissen, zu berichten, sondern darf überhaupt nie allein sein. Selbstverständlich wird sein Umgang außerhalb des Kollegiums auf das strengste geregelt und auch überwacht. Alles, was er tut, soll er nur auf Befehl in Gemäßheit des ihm gewordenen Auftragsunternehmen. Kurzum, von dem Augenblicke an, da er dem Orden beitritt, hat er nicht nur der Welt entsagt, sondern sich vorbehaltlos auf Lebenszeit indessen schrankenlose Gewalt begeben. Nur langsam steigt er auf, vom Novizen zum Scholastiker, zum Co-Adjutor und zum Profess. Erst als solcher gehört er, wie gesagt, zu den Eingeweihten, nur die Professoren, das hatten wir ja bei Griesinger auch schon sehr gut gelernt. Um dann erst recht ein Gebundener zu werden, also je höher man kommt, desto gebundener man natürlich auch ist, sonst würde man gar nicht hochkommen. Wird doch sogar der General selbst, der laut Statut an der Stelle Gottes steht, ständig überwacht und so genötigt, im Geiste des Ordens zu beharren. Um sich des Einzelnen durch vollständigste Abhängigkeit zu versichern, hat Ignatius vom feierlichen Eintrittsgelübde auf Lebenszeit, welches zugleich den Orden dem Eintretenden gegenüber bindet, nichts wissen wollen. Während der Betreffende jederzeit entlassen, ausgestoßen werden kann, droht ihm, so ihm beikommen sollte, selbst auszutreten, die kirchliche Exkommunikation und zudem die tödliche Feindschaft des, wie er selbst am besten weiß, allgegenwärtige zu allem fähigen Ordens. Also mit anderen Worten, man macht kein Beitrittsgelübde an die Jesuiten, sondern man ergibt sich in den spirituellen Übungen und man kann von dem Orden selber jederzeit gekündigt werden, das heißt der Orden kann einen rausschmeißen, aber man selber kann aus dem Orden nicht austreten, ohne gestraft zu werden mit kirchlicher Exkommunikation und das heißt für Katholiken natürlich, dass sie keine Erlösung finden, weil die glauben ja der römisch-katholischen Tradition und Lehre und nicht der Bibel und außerdem haben sie auch noch die tödliche Feindschaft des Ganzen zu allem fähigen Ordens auf sich gezogen. Und deswegen werden solche Ex-Jesuiten auch ermordet. Alberto Rivera war da ein gutes Beispiel für, der ja vergiftet wurde von seinem Zahnarzt. Was aber ist eine solche Abhängigkeit anders als die raffinierteste Sklaverei? Erstickt ein solcher Gehorsam als Inbegriff aller Tugenden nicht mit der Persönlichkeit zugleich das Ethos, den sittlichen Rückhalt? Ein Jesuit entsagt nicht nur wie die anderen geistlichen Ordensleute seinem Blute. Er entsagt nicht nur seiner Familie, seinem Volke und Vaterlande. Er opfert sein eigenes Selbst bis zur Ertötung eines jeden eigenen Gedankens. Wo aber bleibt bei dieser blinden Unterwerfung unter menschliche Satzungen und Gebote die Überzeugung? Wo aber bleibt bei dieser blinden Unterwerfung das Gewissen? Wo bleibt die Stimme Gottes in der Menschenbrust? Die Gottes Furcht? Die Wahrhaftigkeit? Wie das alles sich zu nichts verflüchtet, sich in sein Gegenteil umsetzt, die Tugend zum Laster, die Wahrheit zur Lüge wird, bezeugt die jesuitische Morallehre ihre mit Recht so verrufene Kasuistik, ihr sogenannter Probabilismus auf jeder Seite? Wie haben die Getroffenen zu Toben und Gift zu Speien begonnen, als vor wenigen Jahren der ehrwürdige bald 80-jährige Straßmann aus Entrüstung über die Morallehre des Liguori Bruchstücke dieser in deutscher Übertragung neben dem lateinischen Texte in Form einer leicht lesbaren Flugschrift veröffentlichte? Das ist ein ganz, ganz wichtiger Satz, den müssen wir glaube ich nochmal lesen, um ihn gut zu verstehen. Wie haben die Betroffenen zu Toben und Gift zu Speien begonnen, also die Jesuiten, als vor wenigen Jahren der ehrwürdige bald 80-jährige Straßmann aus Entrüstung über die Morallehre des Liguori Bruchstücke dieser in deutscher Übertragung neben den lateinischen Texten in Form einer leicht lesbaren Flugschrift veröffentlicht. Das heißt, der Grassmann hat einige Jahre vor 1903 hier in Deutsch die Morallehre des Alfonso de Liguori, eines Doktors der römisch-katholischen Kirche des Morallehrers der Jesuiten ins Deutsche veröffentlicht und zwar in einer Flugschrift und verbreitet. Wir kommen da später hier auch noch zu. Wir haben es bei Griesinger bereits gelesen und man kann es in Code Word Babylon nachlesen, die Veröffentlichung der Monita Secreta, der geheimen Instruktionen der Jesuiten und der Konstitution der Jesuiten. Hier lesen wir noch über die Konstitution, das war im 18. Jahrhundert als das rauskam, ich glaube in den 1760er Jahren in Frankreich, da sprechen wir dann noch von, wenn wir weiter in diesem Buch kommen und eben auch die Monita Secreta, das möchte ich euch mal eben zeigen, für diejenigen, die mich bis jetzt noch nicht so viel verfolgt haben auf meinem Kanal, es gibt ja auch immer neue Zuschauer, möchte ich das mal eben zeigen, hier gibt es die Monita Secreta, die geheimen Instruktionen der Jesuiten und wie ihr seht, hier habe ich das als PDF-Buch und das werde ich auch mal lesen auf meinem Kanal, jetzt könnte das langsam mal aufgehen, hier ist das, schauen wir mal, Erich von Beckerath, Monita Secreta, die geheimen Instruktionen der Jesuiten, ja, aus Lateinisch und ins Deutsche übersetzt, von Julius Hochstetter, ein Gymnasiallehrer von 1924 und das Interessante bei diesem Papier ist, hier gibt es erstmal die Vorbemerkung, das können wir dann ein anderes Mal lesen, nicht mehr heute, hier steht alles in Lateinisch auf dieser Seite und auf dieser Seite steht es übersetzt ins Deutsche und so ist das ganze Buch, 70 Seiten, ja, hier Lateinisch und hier in Deutsch, ganz interessant, gut ist, dass man hier auch highlighten kann, also hier kann ich das auch farblich markieren, wenn etwas interessant ist und so weiter und natürlich werde ich dieses Secreta Monita auch mal lesen auf meinem Kanal, aber wie gesagt, es gibt ja immer noch andere Dinge, jetzt fahre ich erstmal fort mit dem Buch, was wir heute angefangen haben, die Jesuiten und das Deutsche Reich von Arthur Böttling, da werden wir nächstes Mal dann auf der Seite 10 oben fort waren, und wo wir jetzt gerade von dem Grassmann gelesen hatten, der zur Entrüstung des Ordens die Morallehre von Liguori vom Lateinischen ins Deutsche übersetzt hat und in einer Flugschrift veröffentlichte, dass jeder das lesen konnte, was die Moralvorstellungen der Jesuiten tatsächlich ist und dass die Moral der Jesuiten nicht die Moral ist, die ein normaler Mensch hat. Unter anderem ist sowas natürlich auch in der Monita Secreta schon mit drin, die werden wir dann auch ein anderes Mal lesen. Und wie gesagt, das Buch hier, Bismarck und das pepstliche Rom, kann ich nur jedem anraten, sich runterzuladen und selbst mal durchzulesen. Ich weiß, es ist ein ganz schöner Schinken mit 500 Seiten, ich bin ja auch erst auf Seite 70 oder sowas, aber es ist auch verdammt interessant und man lernt über die eigene Geschichte, aber wie gesagt, das Buch hier, Die Jesuiten und das Deutsche Reich von Arthur Böttling, wo ich nächstes Mal mit fortfahren werde, ist auch sehr interessant und ist ein wenig kompakter geschrieben als das von Griesinger, aber eben auch nur auf Deutschland bezogen. Wir sprechen hier nicht über die jesuitischen Missionen in Asien, in Afrika, in Amerika, wir sprechen nicht über, also nicht so im Detail über die Jesuiten in Frankreich, in Spanien, Italien, Portugal, sondern wir sprechen wirklich nur über Deutschland. Mit diesem Buch hoffe ich meinen Brüdern und Schwestern ein wenig noch mehr deutsche Geschichte beizubringen, die so verdrängt ist und die vor allen Dingen so verboten ist, um zu lehren und hoffe, dass ich euch hier mit Dingen lehren kann, die ihr auch schon immer mal wissen wolltet, weil ihr dann auf einmal Zusammenhänge erkennt, die man sonst so gar nicht erkennen kann. Und damit möchte ich für heute bei dieser ersten Lesung, wo wir dann doch knapp die ersten zehn Möchte ich damit verbleiben für heute und werde nächstes Mal damit fortfahren und wenn dieses Buch vorbei ist auf meinem zweiten Kanal, dann werde ich hier wohl mit Griesinger mit dem zweiten Band aus seinem Buch fortfahren. Für heute danke ich euch fürs Zuhören und Zuschauen und Kommentieren und bin immer gespannt eure Kommentare zu lesen und auch natürlich eure ehrlichen und ehrlich gemeinten Fragen aus wirklichem purem Nichtverständnis soweit ich das kann immer gerne zu antworten bereit bin. So das war jetzt so ein Satz wie man in Star Wars hört von dem Yoda oder sowas war nicht so gut formuliert aber ich freue mich auf eure Kommentare und wenn ihr Fragen habt ehrlich gemeinte Fragen dann werde ich mir auch immer bemühen diese zu beantworten für heute bedanke ich mich fürs Zuhören und Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen Tag und dass Gott euch möge behüten und schützen und segnen auf all euren Wegen bis zum nächsten Mal Maranatha